Also ich genieße es einfach da oben erstens mal als Hüttenwirt tätig zu sein und natürlich als Koch. Das liebe ich. Du kannst im Prinzip die komplette Erfüllung von dir holen, weil ich gehe raus als Koch und wenn der Gast hier ankommt, verschwitzt, er mag was trinken, er mag was essen, du gibst ihm was, er ist müde, dann bin ich erst mal Koch. Und dann bin ich natürlich Gastwirt, wo er Beherbergung gibt und natürlich bin ich auch Hüttenwirt, wo natürlich auch die Technik sorgt bzw. in einer ausgewöhnlichen Lage ist. Und das ist eine absolute Erfüllung für mich. Die Nördlinger Hütte, ja erstens mal der Standort ist natürlich gewaltig. Also man sieht das ganze Inntal oder das ganze Teil, einen Teil vom Inntal sieht man natürlich. Der Ausblick, die Terrasse ist gewaltig. Was natürlich auch noch ausmacht ist wenig Strom, wenig Wasser, aber das ist genau das, was ich eigentlich liebe an dem ganzen Ding. Und das ist jeden Tag eine Herausforderung und die Herausforderung muss man sich stellen und die nehme ich gerne an.